Das ist mein neues Rap-Album, das ist so mein zweites Standbein. Ich habe ja jetzt neben dem Podcast auch multimediale Reichweite dazugewonnen und gesangliches Talent schon seit Tag 1. Und das wird jetzt mein neues Standbein. Money incoming. Meine Damen und Herren, liebe Delfin-Freunde und Delfin-Freundinnen, die wir jetzt gewonnen haben seit unserer letzten Podcast-Episode. Schön, wieder hier zu sein. Herzlich willkommen zur siebten Ausgabe von Dudes. Es gibt eine ganze Menge zu erzählen. Jetzt ist in der Woche dann ganz plötzlich doch eine ganze Menge passiert. Ich glaube, vor zwei Folgen habe ich noch die Folge begonnen und habe dich gefragt, weißt du, was ich erlebt habe in der letzten Woche? Nix und jetzt richtig viel passiert. Das stimmt. Wir waren ja ganz kurz weg. Für alle, die jetzt neu dabei sind, hallo und herzlich willkommen zu Dudes. Vor mir sitzt der unfassbar charmante und gut aussehende Niklas van Lipzig. Der ist mit seinen stählenden Muskeln immer breiter jetzt geworden über die letzten Wochen. Das finde ich schon sehr attraktiv. Ja, ich mache jetzt Home-Workout. Mein Name ist David Martin. Gut. Das nur zur Vervollständigung des Intros. Und du hast jetzt erzählt, es war einiges los bei dir in der letzten Woche. Sind wir fertig schon mit meinen Muskeln oder wollen wir noch kurz überreden? Okay, du kannst ja noch sagen, dass sich die Home-Workouts auch durch die letzte Woche noch gezogen haben. Dann können wir da direkt weitermachen, wenn du los hast. Also ich mache jetzt Sport zu Hause und ich möchte es gar nicht beschönigen oder gar nicht drumherum bringen. Das ist ein Lockdown-Ding. Es ist ein absolutes Langeweile-Ding. Ich bin kein Fan von Sport. Also es ist nicht so, als wäre ich so ein absolut sportaffiner Typ. Ich gucke ja auch keinen Sport. Ich finde es ja total doof. Ich empfinde es ja als Zeitverschwendung, mir andere Leute beim Sport anzugucken. Aber das finde ich ganz gut, weil, was heißt das finde ich gut? Also man kennt ja vielleicht so Typen, denen den Sport sehr nachgesagt wird. Ja. Also das heißt, die Person XY, ob jetzt Mann oder Frau ist, erstmal egal. Aber das ist meistens so, ja, das ist eine richtige Sportskanone. Der läuft immer oder sie läuft immer mit Laufsachen durch die Gegend, ist immer ein bisschen leicht verschwitzt, hat aber einfach einen sehr gesunden Lifestyle. Aber macht sonst nichts anderes. Nichts. Was würdest du sagen bei mir, also irgendwas wird einem ja wahrscheinlich immer als Person nachgesagt. Was bin ich so für ein Mensch? Also jetzt nicht du, also nicht, was du mir nachsagst, aber was würdest du sagen, wenn andere Leute über mich reden? Was wird mir so nachgesagt? Naja, wahrscheinlich schon recht schnell, dass du ein sehr witziger, aber vor allem recht attraktiver Typ aus dem Internet bist. Sag mal, brauchst du Geld für irgendwas? Bist du verschuldet oder so? Nee. Soll ich dir heute Abend ein Eis kaufen gehen beim Kiosk oder so? Irgendwas ist hier los. Das ist schon über meine Größe und über meine Muskeln und über meine Attraktivität geredet. Hier ist was im Busch. Nee, ich pointe nur the obvious out. Nachdem wir letztes Wochenende in Berlin waren. Ja. Und da auch mit den Weibers eine Podcast-Folge aufgenommen haben. Die, by the way, der Podcast von denen heißt wirklich Weibers. Für alle Leute, die neu einschalten. Wir nennen gerade nicht irgendwelche Frauen einfach Weibers. Da habe ich letzte Woche schon totale Probleme mit immer wieder zu sagen Weibers, wo ich mir immer denke, oh Gott, wenn jetzt jemand einsteigt und dann das Gefühl so, wir fahren nach Berlin und nehmen mit total netten, zwei total netten Damen Podcasts auf und sagen so, ja, letzte Woche waren wir wieder mit den Weibers ein bisschen einen Podcast aufgenommen. Aber für alle, die die Folge noch nicht gehört haben, wir haben es in der Podcast-Folge ganz kurz thematisiert, weil wir uns nicht genau sicher waren, wie wir jetzt die Weiber von Weibers nennen sollen. Wir haben nachgefragt, wir dürfen. Das ist okay so. Gott sei Dank. Das ist aber ganz gut. Kommen wir zurück zu den Pointing out the obvious. Naja, wir waren letzte Woche, wie gesagt, in Berlin. Wir haben eine tolle Podcast-Folge mit den Weibers aufgenommen. Und da ist mir auch dann wieder bewusst geworden, weil du natürlich dann im neuen Glanz, in der neuen Stadt quasi mir ins Auge gefallen bist, wie gut du dich gemacht hast in dieser Corona-Lockdown-Zeit mit deiner, und das ist ja relativ überschaubar eigentlich, du hast nur eine Klimmzugstange in deinem Türrahmen. Ja, tatsächlich habe ich angefangen, ein bisschen Sport zu machen wegen meinem Rücken. Wegen deines Rückens? Wegen meines Rückens. Und da habe ich schon die Rollen perfekt aufgeteilt. Ich bin der krass muskulöse aus unserem Duo und David ist der krass schlaue. Und das eine beißt sich immer mit dem anderen. Also man darf nicht stark sein und schlau. Aber das finde ich das Tolle. Man sagt ja das Sprichwort, Genie und Wahnsinn liegen nebeneinander im Bett. Wir haben aber die tolle Rollenverteilung, dass wir das recht dynamisch hin und her schieben. Mal ist der eine klüger als der andere, mal ist der eine schöner als der andere. Je nachdem, in welchem Terrain wir uns begeben. Und deswegen ist die Allzweckwaffe immer uns im Duo einzukaufen. Also wer uns bucht, der kriegt die volle Packung Genie und Wahnsinn. Und wer wer ist, muss man dann am Tag entscheiden. Und das ist dann dementsprechend interessant. Ja, aber ich war trotzdem völlig lost in Berlin. Also ich habe mich so lost gefühlt. Das ist nach wie vor... Ich habe es ein bisschen gemerkt. Nee, nicht nur ein bisschen. Vollgas. Ich bin dann auch tatsächlich, wenn du mich in irgendeine neue Stadt schleppst oder so oder in irgendeinen Urlaubsort, wo ich nicht hin möchte. Ich bin halt nicht dieser höfliche Zeitgenosse, der dann irgendwie hingeht und sagt so, oh ja, jetzt Mensch, da lasse ich mich jetzt irgendwie... Was heißt, okay, was heißt, ich lasse mich nicht drauf ein. Ich glaube halt relativ schnell zu wissen, ob ich irgendwas mag oder nicht mag. Und dann sage ich halt, das finde ich halt doof. Nenn mir bitte drei Dinge, die du an Berlin vielleicht vorher schon nicht mochtest und die dir dann quasi wieder jetzt am Wochenende in den Sinn kamen, wo du dachtest, ja, das bestätigt leider so ein bisschen meine Erwartungen. Ja, also einmal ist es auf jeden Fall die Größe der Stadt. Es ist mir wirklich zu groß. Wir haben auf dem Rückweg von unserer Unterkunft zum Bahnhof einfach eine Stunde gebraucht, um zum Bahnhof zu kommen, wo ich mir dachte, cool Berlin, cool. Das ist ja richtig cool und umständlich. Das war ja richtig, das war ein richtig nicer Weg hier zum Bahnhof. Das fand ich richtig kacke, das macht mich richtig sauer. Und dann... Lässt dich wirklich aber auch sehr leicht aus dem Konzept bringen. Ja, wirklich. Wie bist du mit der Bahn hingefahren, oder? Mit den Öffis. Ja. Bist trocken angekommen. Ja. Hast deinen Zug am Ende auch noch geschafft, oder? Ja. Und hattest vielleicht am Ende des Tages sogar dann eine warme Mahlzeit. Ja, aber so kann man doch Dinge nicht sehen. Das ist ja so, als würde ich jetzt irgendwie die Corona-Zeit durchleben und komme nachher am Ende raus und sagst du, ja, ich hatte aber keinmal Corona. Also im Endeffekt war es eine verdammt gute Zeit für alle Beteiligten. Nee, ich weiß nicht. Ich möchte auch gar nicht... Ich verstehe. Ich verstehe es absolut. Drei Sachen über Berlin kann ich wahrscheinlich gar nicht sagen. Es war einfach nur so der Grundvibe. Aber was gut war, und das fand ich tatsächlich ganz schön zu sehen, als wir aus Berlin zurück nach Köln kamen, habe ich Köln umso schöner wahrgenommen. Weil ich wieder nach Köln kam und wir sind beide aus der Bahn ausgestiegen und meinten so, alter Köln, nice. Und irgendwie bin ich danach in die Bahn, am Tag darauf bin ich in die Bahn gestiegen und normalerweise, ich mag allgemein öffentliche Verkehrsmittel nicht so gerne, weil so viele Menschen und weiß nicht was, das ist mir irgendwie immer ein bisschen suspekt und in U-Bahnen, da kriege ich noch manchmal so Leute rum, die finde ich auch ein bisschen strange. Die wollen dich halt meistens ausrauben. Also Leute in U-Bahnhöfen, die sind meistens, entweder wollen sie dir irgendwas verticken oder rauben dich aus. Denn mein drittes Attribut wissen wir alle, ich bin nicht nur stark und schön, sondern auch saureich und das sehen Leute. Und drogenabhängig. Und du würdest auf jeden Fall kaufen. Da kommen wir jetzt hin, steht das Attribut drogenabhängig, deshalb die Leute kennen mich in der U-Bahn. Nee, aber auf jeden Fall in der U-Bahn in Köln habe ich das Gefühl, die Leute sind deutlich weniger verrückt als in Berlin zum Beispiel. Also ich habe das tatsächlich, wenn du mich jetzt auch nach meinen Erlebnissen in Berlin fragen würdest. Okay, warte, 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 David, wie hast du das eigentlich wahrgenommen? Ah, da bin ich aber froh, dass du mich danach fragst, weil ich habe mir auch ein bisschen was zurechtgelegt und ich bin schon ein Freund von Reisen, bin ein Mann von Welt. Ich habe schon vieles gesehen und da bin ich auch jetzt nicht knausrig, um das auch wirklich zur Schau zu stellen und zu sagen, ich war schon an richtig vielen Orten. Das ist richtig cool. Punkt. Das erst mal zu sagen. So, das lassen wir jetzt erst mal kurz alle sacken. Denkt mal drüber nach, wo ihr schon wart und jetzt war ich aber auch noch woanders. Richtig krass. Nee, in erster Linie fand ich es toll, wieder aus Köln rauszukommen, um aus dem eigenen Trott quasi rauszukommen, einen kleinen Tapetenwechsel zu haben. Deswegen, wir hatten eine tolle Unterkunft. Das war rein professionell und arbeitsrelevant in Berlin. Wir wurden alle getestet vor Ort. Wir sind da allen Sicherheitsvorkehrungen quasi nachgekommen und haben jetzt keine touristische Reise dort gemacht. Dennoch war es okay und wie du auch schon ganz richtig gesagt hast, dieses Heimatsgefühl, das wir hatten, als wir aus dem Zug wieder ausgestiegen sind, das war unglaublich. Das war richtig, richtig schön. Und das finde ich wiederum toll, das zu verspüren in einer Zeit, in der du eigentlich sagst, mein Gott, mir fällt die Decke auf den Kopf. Und ja, ich weiß, so ein kleiner Spaziergang am Wochenende oder wann auch immer, eigentlich immer, kann da auch schon mal helfen. Aber das war schön, eine Stadt, eine andere Stadt gesehen zu haben. Ja, das stimmt. Rauskommen war schon gut. Die Größe der Stadt von Berlin. Aber es wäre halt besser irgendwie Teneriffa gewesen. Das wäre schon besser gewesen halt als Berlin. Also rauskommen wichtig, ja. Und halt ohne Arbeitsgrund. Einfach nur ein bisschen bräunen. Genau. Ein bisschen Daydrinking. Viele Insta-Stories machen, um den Leuten zu zeigen in Deutschland, na, wie geht's euch so? Lockdown? Leute. Da müsst ihr halt stark sein, gut aussehen und reich sein. Dann hättet ihr diese Probleme nicht. Einfach ein bisschen basic sein. Eine kleine Insta-Story machen mit der Caption, keine Termine und leicht einsetzen und sich richtig keck fühlen von Dingen. Ich bin so kreativ. Verdammter Systemtrottel. So, jetzt scheiß mal auf Berlin. Hast du Bock, ein bisschen zu protzen? Ich habe nämlich mal eben Lust, nochmal was loszuwerden. Denn wir können ja heute sagen, ein paar Leute werden es vielleicht schon mitbekommen haben und wir sind überglücklich über diese Neuigkeiten. Denn unser bereits vollendetes Werk Arm aber Sexy ist nominiert für den Deutschen Podcastpreis tatsächlich, 2021, in der Rubrik und das ist noch viel schöner, als eigentlich, dass wir nominiert sind für den Podcastpreis, sondern die Rubrik ist uns, glaube ich, besonders wichtig. Wir sind als Independent Podcast, bester Independent Podcast nominiert, bedeutet für alle Leute, die gar nicht wissen, was das bedeutet. Ich finde es wahnsinnig cool. Mein Vater zum Beispiel, direkt zu meinem Independent Podcast. Was heißt denn das? Das bedeutet so viel wie, dass du dein Werk ohne einen Verlag, ohne eine Produktionsfirma erstellt hast oder ohne, dass dein Produkt gesigned ist bei irgendeinem Label und, und, und. Und das haben wir uns schon immer groß auf die Fahne geschrieben, dass wir das, was wir tun, selber machen, so wie wir es machen möchten. Und dass das jetzt durch eine Nominierung belohnt wird, ist unfassbar schön. Ja. Gut. Jetzt hast du eigentlich schon alles gesagt. Auch ich freue mich mega, dass wir nominiert sind. Kann mal ganz kurz Anteilnahme zeigen. Ja. Mega geil. Gut. Alles klar. Ich würde ganz gerne mit der Auszeichnung irgendwie weiterhin protzen können, aber wir haben den Preis A noch nicht gewonnen, der wird im Juni ausgewertet, verliehen. Auf der anderen Seite, wie heißt es so schön auch bei Olympia, dabei sein ist alles. Das ist auch wieder so ein Allmann-Buzzer tatsächlich. So jetzt schon, wo man so denkt, so jetzt sind wir nominiert, das ist mega geil, aber jetzt, wenn wir es nicht gewinnen, wäre natürlich doof. Deshalb ziehen wir jetzt schon mal den Allmann-Buzzer, hauen drauf und sagen, Gewinner der Herzen. Glück gehabt. Wir sind ja jetzt schon Gewinner der Herzen. Ist völlig egal, was passiert. Also wenn wir nicht gewinnen, merkt euch, wir haben schon gewonnen. Aber ist der Allmann dann in der Theorie ein selbstloses Geschöpf, das sagt, nein, nein, bitte haben Sie auch einmal eine Chance. Ich finde das super. Weil er diese kleine Tür, diese kleine Hintertür jetzt schon aufmacht, durch die er durchgehen kann, wenn er am Ende dann trotzdem in Anführungsstrichen verliert und den Preis nicht bekommt, dann sagt, nein, das war uns aber auch klar und ist ja super und wir haben ja wahnsinnig tolle Mitstreiter links und rechts gehabt und verdient, ging der Preis an den anderen. MitstreiterInnen. Innen, vielen Dank. Ich versuche mich immer mehr des Genderns. Also der letzte Podcast, ich bin voll drin. Ich möchte besser gendern. Ja. Es gelingt mir aber nicht immer, deswegen vielen Dank, dass du mich darauf hinweist. Dafür bin ich da. Ich bin nämlich nicht nur sehr stark, sehr schön, sehr, ich kann es gar nicht mehr, drogenabhängig, reich, sondern auch wenig frauenfeindlich. Und Genderbeauftragte des Podcasts Dudes. Das ist so gut. Du warst doch letztes Mal der Fake-Checker und ich bin jetzt der Genderbeauftragte. Da finde ich es nach wie vor richtig cool, dass Toya Diebel die Diebel-Bibel hat im Podcast Vibers und den Fake-Checker-Posten einnimmt. Möchtest du, dass du eine Betitelung bekommst? Das war ja schon meine Aussage in der letzten Podcast-Folge. Ja, aber dann such dir doch mal was aus. Ja, aber mir kommt ja nichts irgendwie Kreatives in den Sinn mit dem Wortspiel David Martin. Okay, dann haben wir eine unfassbar kreative Community. Leute, an alle, die zuhören, bitte schickt uns mal ein paar gute Betitelungen für Davids Rolle im Podcast als Der, der Dinge weiß. Sagen wir es so. Ja. Der, der Dinge weiß. Klingt übrigens auch wie ein sehr guter Filmtitel. Der, der Dinge. Der, der Dinge weiß. Staring, David Martin. Oder Der, der alles wusste. Also schickt uns mal bitte ein paar Vorschläge. Wir brauchen da ein bisschen kreativen Input, weil ansonsten ist das leider nicht griffig genug. Machen wir einen kleinen Deal draus. Ihr bringt die Titel, wir bringen die Grafiken. Ja, sehr gut. Dann kommen wir zusammen. Genau, der beste Vorschlag, der beste Titel wird umgebaut in einen unfassbar schönen, ich sehe dich jetzt schon in schwarzem Rollkragenpulli. Schwarz-Weiß auf einem Bild, dein Gesicht ist noch so im Himmel abgespiegelt. Wir können das heute shooten, ich habe einen Rollkragenpulli so wieder dabei. Jetzt warten wir erstmal ab, mein Freund. Vielleicht kriegst du nämlich gar keinen Titel und dann hast du die Nummer nämlich wieder gegessen. Okay, na gut. Ich schreibe mir jetzt selber erstmal einen Titel auf die Fahne, denn ich habe was ganz Kleines mitgebracht, was ich unbedingt kurz aufklären wollte. Das ist jetzt mein, ich mache einfach, ich mache ein Format draus, es ist mein Klugschiss der Woche. Weil du bist ja normalerweise der Clevere, der immer Sachen mitbringt und immer Sachen weiß. Deshalb wäre es jetzt ja ganz toll, wenn ich dich nochmal überraschen kann zwischendurch. Aber dann habe ich noch die Möglichkeit, das Vetorecht quasi nach deinem Klugschiss zu sagen, ja oder nee. Also das war nur Schiss. Das war nicht klug. Okay, aber dann sag bitte, dann verhalte dich aber wenigstens ordentlich wie vor Gericht und sag Einspruch, wenn du das Gefühl hast, ich sage irgendwas. Ich höre dir erst zu. Ich höre dir erst zu. Okay, also. Mein Klugschiss der Woche beginnt erstmal mit einer Frage. Ich habe dich letzten Tage schon mal gefragt und habe dich gebeten, es bitte jetzt nicht selber rauszufinden, weil ich es rausfinden will. Ein Q-Tipp. Na, kommt das jetzt aus dem Nichts? Ja, richtig. Q-Tipps. Kennt ihr vielleicht aus dem Badezimmer. Hat sich irgendwer schon mal gefragt, wofür das Q in Q-Tipps steht? Also zum Verständnis, es ist ja der Buchstabe Q. Es ist nicht K-U-H. Sehr gut. Um erstmal eine allgemeine Definition und Basis zu schaffen, auf die wir jetzt aufbauen. Okay, das ist schon mal ein Tipp, den gebe ich dir. Ja, es ist nicht die Q. Also es ist nicht die Q, die auf der Wiese steht. Puh, zum Glück habe ich in der Schule gut aufgepasst. Well played. War nicht schlecht. Du hast dir deinen Titel jetzt schon verdient. Q-Tipp. Wofür steht das Q in Q-Tipp? Ist interessant, oder? Dass man sich bei manchen Wörtern, dass es einfach einem scheißegal ist, weil man einfach akzeptiert, dass es so ist. Ganz kurz fallen dir noch weitere Wörter ein? Begriffe? Ja, es gibt so Household Names, glaube ich, heißt es im Englischen. Das sind Markennamen, die sich durchgesetzt haben, wie zum Beispiel Tempo anstatt Taschentuch. Da sagt jetzt nicht, also nicht jeder sagt Taschentuch, sondern Tempo ist einfach so ein Begriff, da sagt man, ja, verstehe ich. Und Q-Tipp könnte entweder eine Marke sein, auf der einen Seite, dass man eben sagt, oh, das passt schon, das ist halt einfach nur dieses Ding. Wattestäbchen würde ja natürlich auch gehen. Ich überlege auch, ob Q-Tipp genauso im Englischen benutzt wird. Q-Tipp könnte mir das vorstellen. Insofern macht der Anfangsbuchstabe Q für ein deutsches Wort weniger Sinn. Das macht es natürlich schwieriger, wenn du noch eine zweite Sprache mit ins Brainstorming mit reinschmeißt. Englische Wörter mit Q. Quicksilver. Sehr gut. Quidditch. Sehr gut. Und Quichotte, Don Quichotte. Eins dieser drei Wörter ist es mit Sicherheit. Ja, da bin ich aber auch stark davon überzeugt, dass wir uns jetzt wirklich, also dass wir näher uns, wir näher uns erzielen. Ich bin auch viel überrascht, wie schlau du bist, dass du auch viel direkt selber drauf gekommen bist. Nervt mich. Das nervt mich wirklich. Ich dachte, ich könnte was mitbringen, was du nicht weißt. Okay, pass auf. Kann ich einen Tipp haben oder sowas? Ungern. In dem Zusammenhang ist es natürlich sehr witzig. Also ich glaube, du bist schon mal insofern richtig, dass es eine Marke ist, die sich durchgesetzt hat. Oh. Also, wiederum, da war meine Recherche wieder nicht weit genug. Ich meine gelesen zu haben, dass es eine Marke ist. Habe aber gerade auch stark überlegen müssen, als du es gesagt hast. Am Ende ist es tatsächlich einfach ein Wattestäbchen. Das stimmt. Und ich löse an dieser Stelle, weil es einfach die Raterei ist nicht interessant genug dafür. Eigentlich ist es relativ basic, aber vielleicht mal interessant zu wissen, dass Q steht für Quality. Es ist ein Quality-Tip. Und es ist tatsächlich einfach nur ein Wattestäbchen, mein zwei Watte-Dingern am Ende. Und jetzt wird es interessant. Jetzt wissen wir, dass es Quality-Tip heißt. Und denken uns, gut, okay, Q-Tip kenne ich immer noch, bla bla, benutze ich. Wofür benutzt du es? Um die Ohren sauber zu machen. Sehr gut. Ist aber nicht gut, denn ich habe beim Internet geguckt, Definition Q-Tip, und wollte tatsächlich einfach nur auf den Namen hinaus. Und sehe dann, bei der Verwendung von einem Q-Tip steht dann direkt dabei, explizit nicht für die Entfernung von Ohrschmalz gedacht. Q-Tips, und das möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen, weil ich habe das schon öfter mal in den Raum geworfen. Es scheint ignoriert zu werden, weil man es mir nicht glaubt. Aber das Internet sagt auch, Q-Tips sind explizit schädlich für die Ohren, weil du die, wenn du das, du drückst dir das Zeug da rein. Du kriegst immer ein bisschen raus, und ich glaube, Leute denken dann, weil sie es sich dann rausholen. Und es ist so ein schöner Belag obendrauf, auf diesem weißen Q-Tip. Ich finde das ein bisschen eklig. Also wirklich. Aber auch ein bisschen geil. Das ist richtig witzig. Ich habe gleich noch einen Funfact über Ohren. Auf jeden Fall ist das aber ein Trugschluss, weil das, was ihr da rausholt, ja, das ist oberflächlich. Aber das, was ihr da reindrückt mit jedem Mal, wo man dieses Ding da tief ins Ohr steckt, ist deutlich schlimmer. Und dann dachte ich mir so, okay, Q-Tips soll man anscheinend nicht benutzen, um die Ohren zu reinigen. Strange, aber wofür ist denn dein Q-Tip? Und dann stand tatsächlich dabei... Ohne Witz, also ich muss kurz unterbrechen, aber ich bin so froh, dass du diese Frage auch wirklich direkt noch mit reinbringst. Weil das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Und jetzt in diesem Zuge frage ich mich auch, ob du mich überhaupt für diese Diskussion brauchst. Absolut nicht. Deshalb kannst du mich bitte aufhören zu unterbrechen. Ich halte doch hier ganz klar gerade einen guten Monolog mit mir selbst. Okay, willst du ganz kurz raten, was würdest du denn denken, wenn jetzt, wo du weißt, dass du Q-Tips seit gefühlt 32 Jahren falsch benutzt, wofür könnten sie denn sein ursprünglich? Das ist jetzt auch meine Frage gewesen, welche Alternativlösungen und Anwendemöglichkeiten dieser Q-Tip vielleicht mit sich bringt. Also wenn ich aus meinem eigenen Gebrauch davon ausgehe, wofür ich Q-Tips auch noch verwendet habe, darüber möchte ich jetzt nicht sprechen. Nee, in meiner pubertärenen Teenie-Zeit, in der pubertärenen Pickel, da ging Teenie-Zeit, wollte ich schon sagen. Da habe ich die Q-Tips ganz oft mit Alkohol getränkt, um die zu desinfizieren und habe dann Pickel, ja, ich weiß, das klingt voll eklig und ist auch nicht gut, wenn wir nicht machen, weil Narbenbildung etc. Habe die Pickel so ein bisschen geöffnet und versucht, die mit dem Alkohol auszutrocknen. Das hat mehr oder weniger gut funktioniert, weil es eben recht steril war, aber es ist bestimmt auch nicht das Beste, weil so ein Q-Tip, der fusselt und dann liegt da so ein Faden in der offenen Wunde. Ist bestimmt nicht gut und der eine oder andere Kosmetiker da draußen oder Kosmetikerin, die da draußen bei diesem Podcast zuhört, die sagt wahrscheinlich, please don't. Zahlenpasta zum Pickel austrocknen. Ja, ich habe es auch mit Seife lange versucht, weil die Lauge ja, glaube ich, einfach austrocknet. Ich habe mal Waschmittel getrunken und es hat meine Kehle richtig trocken gemacht. Ach was. Ja, da war ich sehr überrascht. War keine gute Idee. Nee, also ich. Hast du dich danach sauberer gefühlt? Ein bisschen. Also der Atem war auf jeden Fall frischer, aber meine ausschlaggebende Frage war und ich bin mega stolz drauf, dass ich mir diese Frage gestellt habe, weil ich bin wahrscheinlich vielen anderen Menschen zuvor gekommen, die sich jetzt wahrscheinlich literweise. Wie immer. Literweise da Waschmittel rein schicken ins um das Gesichtsloch. Ich habe mir die Frage gestellt, schmeckt Waschmittel genauso gut, wie es riecht? Das ist eine tatsächlich sehr berechtigte Frage und ich fühle es. Weil ich finde es auch köstlich jedes Mal, wenn ich es in die Waschmaschine fülle. Als ich kleiner war, habe ich lange Zeit, was heißt lange Zeit, das war jetzt nicht mein Kinderzimmer, war das Wäschezimmer. Wir hatten, wir haben so ein, das klingt jetzt voll abgehoben, wir nennen es Ankleidezimmer bei uns zu Hause. Das ist ein Zimmer, da sind nur Schränke und Klamotten drin und da ist auch in der Mitte ein großer Wäscheständer. Und da hat meine Mom früher die frische Wäsche quasi immer aufgehangen. Und in diesem Zimmer roch, riecht es immer noch sehr, sehr gut, dass ich einfach gerne da mich unter diesen Wäscheständer gelegt habe früher als Kind. Ich bin da zum Telefonieren auch reingegangen, weil es einfach sehr, sehr gut roch. Und damit war ich so ein bisschen fasziniert von der Waschmittelindustrie und wollte einfach mal auch einen tiefen Schluck des guten Geschmacks und Geruchs zu mir nehmen. Für alle, die jetzt nochmal sich die Frage stellen, schmeckt das wirklich so gut? Ein ganz klares Nein, das sollte man nicht trinken. Ich empfehle es euch ganz, ich empfehle es euch nicht zu tun. Ich empfehle es euch ganz, Punkt. Ich rate dringend davon ab. Es ist nicht nur gesundheitsschädigend, sondern es schmeckt auch richtig beschissen. Weißt du, das klingt so ein bisschen wie in so Superheldenfilmen passiert ja mal irgendwas, wodurch sich der Superheld zu irgendwas verwandelt. Bei Spider-Man wird er zum Beispiel von so einer radioaktiven Spinne irgendwie gebissen und wird dann zum Spider-Man. Und Batman fällt in ein Loch mit Fledermäusen und du trinkst Waschmittel. Moment, Batman fällt in ein Loch mit Fledermäusen? Ja, aber der wird jetzt nicht gebissen oder so, aber der ist einfach nur ein richtig weiker Typ, der einfach Angst vor Fledermäusen hat. Fledermäusen aus Asien und verschleppt dann Corona nach der Weltgeschichte. Das war die Barbie-Geschichte, genau. Da gibt es auch eine Storyline, die so geht. Das ist dann jetzt die von jetzt. Und du hast halt Waschmittel getrunken und wurdest dann zu Mr. Wash. Wär das ein guter, ähm, wär das ein guter Superheld? Staring David Martin in Mr. Wash. Und was ist deine Superkraft? Mr. Wash. Mr. Wash. Und was wäre deine Superkraft? Blubberblasen aus dem Mund schießen. Also ich mag Spongebob überhaupt nicht. Das ist mir viel zu kitschig und aufgedreht. Und also ich verstehe nicht, wie der Hype um Spongebob vor allem in der Generation von uns jetzt immer noch so da ist. Von Spongebob habe ich mega geil geguckt. Mega geil geguckt. Mega gern geschaut. Mag ich nicht. Und da gibt es auch diese Blaubarschbube und Superkraft. Oder? Heißen die so? Mehrjunkfrau, Mann und Blaubarschbube. Und wieso weiß ich das? Oh Gott, verdammt. Ich habe das geoutet. Scheiße, das ist echt krass. So viel Scheiße ist in meinem Hirn gespeichert, die ich wirklich ganz bewusst, wenn ich die Wahl hätte, würde ich sie verbanden aus meinem Gehirn, um Platz zu machen für neue Sachen. Also das ist wirklich ein Fakt, den braucht man nie wieder. Binomische Formel? Keine Ahnung, war kein Platz mehr für da. Mehrjunkfrau, Mann und Blaubarschbube. Los, Leute, kommt alle rein. Kommt alle rein. Oh Mann, das ist echt blöd. Und in meiner Vorstellung können die Blubberblasen aus dem Mund schießen. Das stimmt wahrscheinlich gar nicht. Nee, die haben unsichtbares Bootmobil tatsächlich. Auch noch? Ja, das haben die auch. Das ist nicht dein Ernst, dass du das weißt. Das weiß ich. Die haben ein sich unsichtbar machendes Bootmobil oder so heißt das. Und die finden das manchmal nicht wieder, weil es halt unsichtbar ist. Ein guter Gag. Hast du früher Spongebob geguckt? Ja, offenkundig. Und Funfact. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal irgendwann mal erzählt habe. Wir haben früher sehr viel Spongebob geguckt. Und mein Vater, der konnte das nie aussprechen. Spongebob Schwammkopf. Konnte ja nicht aussprechen. Und hat dann immer gesagt, ah, guckt ihr wieder Spongebob, Spongebob Schwammsporn? Das war echt so sehr witzig. Aber hat er sich vielleicht nicht über die Sendung ein bisschen lustig gemacht? Kann sein. Und wollte euch eine Freude bereiten, weil ihr dann gesagt habt, Mann, Papa, das heißt doch gar nicht so. Ist interessant, weil das war tatsächlich exakt das, was wir jedes Mal gesagt haben. Verdammt nochmal, der hat uns die ganze Zeit verarscht. Dad! So, ganz kurz. Wir waren übrigens eigentlich beim Q-Tipp. Ich weiß, ich weiß. Mir ist auch noch eingefallen, ich wollte einen kleinen Funfact über Ohren erzählen. Ja, stopp. Aber erst mal jetzt die Q-Tipp-Nummer zu Ende. Ich bin noch bei den Q-Tipps, bei den Ohren. Okay, aber die Frage, du bist aber noch bei der Ausgangsfrage, dass ich dich gefragt habe, wo eigentlich, was man eigentlich mit Q-Tipps macht. Wofür so ein Q-Tipp gedacht ist, laut Internetdefinition. Okay. Oberflächenreinigung für ganz kleine Ecken. Ist gar nicht mal so dumm. Okay, danke. Q-Tipps werden in der Technik tatsächlich benutzt, um Geräte zu reinigen. Das stimmt. So Lötstellen wahrscheinlich zu reinigen. Mit einer Alkohollösung kannst du nämlich den Lötzinn davon wieder wegmachen. Und ihr zweiter Anwendungsbereich, der aber an erster Stelle stand, und da werden sich übrigens an dieser Stelle, das kann ich jetzt ja vielleicht mal sagen, alle Hörerinnen unseres Podcasts schon die ganze Zeit die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, ihr dummen Bauern. Oh, das sollten wir nicht sagen, ne? Dummen Bauern. Nichts gegen Bauern. Und Bäuerinnen. Und Bäuerinnen. Sehr gut. Gut gegendert, man. Das ist zum Auftragen von Lidschatten, werden Q-Tipps benutzt. Steht im Internet. Hätte ich nicht gewusst. Also ich will jetzt nicht als kompletter Schminkbanause dastehen, aber ich tue mir richtig schwer so den Unterschied zwischen Lidschatten, Mascara, Eyeliner. Okay, lass uns das kurz lösen. Pass auf. Zwei weiße Dudes, die sich überschminken. Also, naja. Okay. Ich finde das gut. Man muss sich damit auch beschäftigen, weil wer weiß, irgendwann werden wir uns vielleicht dann doch nochmal vor einer Live-Show oder so gegenseitig doch ein bisschen anpinseln. Und dann ist es schon wichtig, dass du mir nicht den Mascara, weiß nicht, auf die Zähne schmierst. Das wäre mir schon mal relativ wichtig. Okay, so dumm bin ich dann doch nicht. Mascara. Was ist das? Wo geht's hin? Ja, Augengegend. Wow. Wirklich? Augengegend. Ja, das ist erstmal so. Was zählt für dich zur Augengegend? Das ganze Gesicht? Ne, ab Augenbrauen, abwärts bis zum unteren Wangenknochen. Okay. Oberen Wangenknochen. Okay. Also, ja. Eyeliner? Also, ich, by the way, ich frage übrigens nicht nur dich, ich frage mich selber auch. Also, Eyeliner ist, glaube ich, das macht auch von der Begrifflichkeit sehr viel Sinn, dieser dünne, schwarze Strich, genau, den du unten. Also, von da, wo der Schlaf sich sammelt, wenn du früh morgens aufstehst, da wird da quasi der Stift angesetzt und dann am unteren Rand der unteren Wimpernkette. Ist super schwierig, den Bereich seiner Augen zu beschreiben, ne? Also, welche Stelle du meinst? Super schwierig. Ja, finde ich auch unglaublich schwierig, da drauf zu malen. Ja. Also, natürlich hat es, zu malen, zu schminken, ich will das gar nicht degradieren, um Gottes Willen. Lustig, oder? Wie die Mädchen sich morgens immer anmalen, oder? Also, das ist ja wirklich total lustig. Du bist aber heute richtig schön angemalt im Gesicht. Da ist aber was Tolles gemeint. Oder Jungs. Bist du ein Schmetterling? Oder was? Delfin? Was wolltest du denn sein? Wolltest du den Tiger? Gab's nicht, ne? Und jetzt? Was bist du jetzt? Wie so ein Joker, wie so eine, wenn die Mädels um vier Uhr morgens völlig besoffen im Club stehen und die Schminke schon komplett verlaufen ist. Crack verkaufend am Neumarkt. Oh, du hast dich aber toll geschminkt. Wer hat das denn gemacht? Dein meth-abhängiger Freund? So, also, weiter. Lidschatten ist das Augenlid. Lidschatten ist vermutlich unter der Augenbrauer. Ja, das ist dann so wahrscheinlich dieses bekannte Smoky Eyes, wenn man das so ein bisschen übertreibt. Genau. Früher, als ich, ich glaube, so ungefähr zwischen 13 und 16, war es ein großer Trend, dass Mädchen sich den, oh, jetzt ist natürlich die Frage, den Lidschatten oder den Eyeliner an den Augenenden außen etwas weiter hinaus gemalt haben, um so ein bisschen wie so eine, ich nenne es mal in Anführungsstrichen Kleopatra-Look zu imitieren. Wird wahrscheinlich ganz anders ausgesprochen oder benannt, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, vor allem du. Und da, glaube ich, ist es besonders schwierig, das richtig schön symmetrisch zu halten. Und so gab es immer den Punkt, dass du eine Seite länger gemalt hast als die andere und dann hast du versucht, mit der anderen Seite eben das Ganze auszugleichen. Und dann wurde dieser Strich links und rechts einfach immer länger, immer länger und immer dicker. Und dann hattest du einfach wie so eine kleine Skibrille, hattest du dann auf. So eine von den Panzerknackern. Genau. Und dann gibt es noch Rouge. Rouge ist, glaube ich, für die Wangen, wenn ich mich nicht... Ja, das ist relativ einfach. Ja, Rouge ist so ein bisschen um so, den brauche ich aber nicht, weil ich jedes Mal ein Glas Sekt und mein Gesicht glüht. Und dann ist mein natural... Meine Begründung, warum man Rouge bräuchte, ist, wenn du die Base aufträgst, also... Ja, was heißt das? So eine Basis, so eine Grund... Grundsanierung. Grundierung. Grundsanierung. Und dann, um dem Gesicht wieder etwas leben und Durchblutung ins Gesicht zu zaubern, trägst du ein bisschen Rouge auf. Meine Güte. Boah, was für Amateure. Da sollten wir uns wirklich mal mit beschäftigen. Also das sollte man schon noch wissen. Was ich natürlich weiß, und das war sehr wichtig, nachdem ich jetzt auch schon die Q-Tips und Pickel meiner pubertären Zeit im Gesicht angesprochen habe. Ich hatte glücklicherweise, und das weiß ich sehr zu schätzen, ich hatte nicht allzu viele Pickel. Deswegen, ich war da ein bisschen gesegneter als andere. Und das tut mir wahnsinnig leid, wenn dann wirklich viele Leute mit... Ja, halt einfach mit deiner Haut kämpfen. Sagst du, wie es ist. Willst du mir irgendwas sagen? Nee, null. Null. Aber ich habe den Concealer meiner Mutter immer benutzt. Und der Concealer war von Yves Saint Laurent. Der war besonders teuer. Das war so ein goldener Stift. Dann konntest du hinten draufdrücken. Und dann gab es so ein Klackgeräusch. Und vorne war so ein Pinsel, der hat sich dann mit Farbe gefüllt. Und dann konntest du mit diesem Farbpinsel quasi über deine Pickelchen im Gesicht malen. Und hast die verstecken können. Ich bin auch absoluter Fan von, also wenn es halt irgendwie Sinn macht und man damit irgendwie was kaschieren kann und das auch noch gut kann, bin ich absoluter Fan von Schminke. Ich bin sogar Fan davon und würde, also ich glaube, ich habe nicht die Muße und nicht die Zeit, aber dass sich Männer einfach auch schminken. Auf jeden Fall. Weil ich habe krasse Augenringe irgendwie. Warum auch immer. Verstehe ich nicht bis heute. Neumarkt hat mir aber bis jetzt immer viel Spaß gemacht. Und da ist es einfach die schlauste Lösung, dem entgegenzuwirken. Dass man sagt, ein bisschen Schminke hilft. Und du siehst wieder aus wie 13. Einen kleinen Fake-Pickel irgendwo auf die Stirn setzen. Wird beim Radlerkaufen wieder nach dem Ausweis gefragt. Ganz kurz vorgestellt, wie so in irgendeinem Drogen-Hotspot in Köln oder so, die Drogenabhängigen so zusammenstehen in so einer Runde und sich alle darüber unterhalten. Das sind auch ganz krasse Augenringe. Woran liegt das? Ich vermute keine schlechte Ernährung wahrscheinlich oder so. Weiß nicht, isst du viel Obst? Hast du heute Morgen mal eine Banane genommen? Man weiß gar nicht, wo es herkommt. Ne, ich bin auch, ich bin ein sehr großer Freund von, was ich zum Beispiel richtig crazy und krass finde, was Schminke vor allen Dingen kann, ist so bei so Drag Queens. Das ist auch richtig geil. Also das ist so verrückt, was da, also die Person. Diese Transformation, ne? Alter, das ist der Wahnsinn. Was da für eine Person darunter steckt, das ist einfach nicht mehr zu erkennen. Und natürlich ist das ja in dem Bereich ganz absichtlich einfach unfassbar viel. Also ich glaube, dass es nicht gesund sein kann. Der ist ja, also darunter kann ja nichts mehr atmen. Ich glaube nicht, dass man das allzu, das ist kein... Also ich habe mich auch mal geschminkt und meine Haut hat ziemlich allergisch darauf reagiert. Ja? Deswegen Anteilnahme von meiner Seite. Wir haben uns auch mal, wir haben uns vor unseren Live-Shows in der Lanxys-Arena, haben wir uns manchmal dieses Zeug ins Gesicht gepinselt. Ich habe mit, äh, ich war 17 und ich habe einen Monat jeden Tag eine Aufführung im Ingolstädter Stadttheater gehabt. Ich habe da bei einem Musical mitgewirkt und wurde jeden Tag auch mehr oder weniger aufwendig geschminkt. Und da habe ich schon gemerkt, dass die Haut darauf reagiert hat, weil die Haut nicht so atmungsaktiv ist, wie sie sonst ist. Und dann kann es zu Hautunreinheiten führen. Hat aber auch keiner gewusst, dass du eine Nussallergierst und das Erdnusscreme im Gesicht dann einfach... Auch reagiert, das hätte man ja... Im Nachhinein ist man immer klüger. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Nee, aber deshalb, also wenn ihr Bock habt, euch zu schminken, egal ob Frau oder Mann, go for it. Ist mega praktisch, ist mega gut, ich kann es nur nicht. Also ich kann dieses ins Gesicht malen nicht. Also das ist ja wie, das ist wie mit einer linken Hand schreiben und dann auch noch spiegelverkehrt. Genau. Fuck, Alter, das finde ich wahnsinnig. Ich würde mir diesen Eyeliner, spätestens den, würde ich mir halt richtig heftig ins Auge stechen. Bei mir fängt es schon an, eine eigene, eine Kontaktlinse ins Auge zu bringen. Horror. Also ich bin da eine Dreiviertelstunde dran, das mache ich, also ich habe mir in meinem Leben zwei oder dreimal eine Kontaktlinse selber ins Auge drücken wollen. Einmal war es tatsächlich, weil ich mir einfach aus Jux und Dollerei, ich bin mit einem Freund nach Leipzig gefahren und habe mir kurz vorher, weil ich mir gedacht habe, ich habe damals schon eine Brille gebraucht, ich war ungefähr, wie alt war ich da, vielleicht 20, 21, ich habe damals schon eine Brille gebraucht und ich habe mir gedacht, hey, wie wäre es eigentlich mal mit Kontaktlinsen? Ja, vorab, man lässt die sich wahrscheinlich auch anfertigen wie eine Brille, du kaufst nicht einfach nur eine Lesebrille bei DM und sagst so auf einmal, cool, ich kann jetzt viel besser sehen, weil es passt, es passt in den meisten Fällen einfach nicht. Ich habe mir aber genau bei dem gleichen Laden Kontaktlinsen gekauft, weil man das konnte. Ich habe so ungefähr meine Sehschwäche quasi dann rausgefunden und habe dann... Wie hast du ungefähr deine Sehschwäche rausgefunden, selber? Also ich wusste, dass ich jetzt nicht so eine Minus 5 oder eine Plus 5 bin, sondern irgendwo in der Mitte. Dann wäre ich bei einer Null und hätte keine Sehschwäche, merke ich gerade selber. Sehr gut. Ich wollte gerade sagen, das macht ja gar keinen Sinn. Nein, ich habe irgendwie Minus 1 und dann habe ich da im Regal eine Minus 1 gesehen und habe mir dann halt zwei Paar Kontaktlinsen mitgenommen. Ganz kurz, in welchem Regal, aber auf so Kontaktlinsen steht doch nicht drauf Minus 1, sondern nimmst du dir eine Minus 1 raus, oder? Die werden doch angefertigt, oder nicht? Also, naja, wie auch eine Lesebrille bei DM letztendlich oder bei Müller, Druckerienmarkt Müller. Die haben doch keine Sehstärke drauf, oder? Das sind Lesebrillen. Da ist wirklich Sehstärke drauf. Es gibt da so Regale und dann kannst du, das sind halt Lupen für die Augen, aber primär für ältere Herrschaften und Frauen, die einfach eine Sehschwäche, eine Leseschwäche haben und einfach, die vergrößern das, was vor dir ist. Ach so, ich dachte, das wäre einfach nur so, also einfach nur so für schön. Eine Brille. Nein, nein, nein. Also meistens, wir machen das mal zusammen. Naja, schlussendlich habe ich mir da diese Kontaktlinsen gekauft und habe mir die dann auch versucht ins Auge zu quetschen, bevor ich losgefahren bin aus Ingolstadt nach Leipzig. Und es hat ungefähr eine halbe Stunde gebraucht, denn ich saß da im Auto und habe in meinem Auge rumgestochert wie ein Idiot. Es hat furchtbar getränt, es hat gebrannt. Es war wirklich kein Spaß und dann bin ich da, weiß nicht, wie viele Stunden ich dann gefahren bin von Ingolstadt nach Leipzig, gefahren und bei jedem Mal blinzeln, habe ich quasi diese Kontaktlinsen in dem Auge gespürt, wie mein Augenlid über diese Linse drüber rutscht. Es tat weh, es war furchtbar, es war grauenhaft. Und sonst natürlich, weil ich auch mal jung war und richtig cool aussehen wollte, diese farbigen Kontaktlinsen zu Halloween. Das ist mir dann auch mal irgendwie, weiß nicht, du stehst vorm Spiegel über dem Waschbecken und versuchst mit einem Finger das Augenlid runterzudrücken, dann drückst du das andere, die Kontakte sind irgendwie rein, das fällt dir dreimal runter, irgendwie ins Spülbecken, du klopfst es wieder auf, pustest kurz drauf. Also es ist wirklich kein Spaß für die ganze Familie, auf gar keinen Fall. Da empfehle ich lieber noch Waschmittel zu trinken. Kurz gesagt, sehr gut. Kurz gesagt, du bist ein Typ für so eine ordentliche Selbstverstümmelung. Also zwischendurch, Waschmittel trinken, sich irgendwelche Sachen ohne Grund in die Augen stecken. Absolut. Aber das ist ja auch, du hast es in den letzten Tagen, glaube ich, auch mal kurz gesagt, nachdem du öfter schon meintest, der hat sich auch mal wieder spüren wollen. Ja, du bist wirklich jemand, der sich gerne mal spürt. Obwohl, das hast du mittlerweile abgelehnt, abgelegt. Du warst mal ein Typ, der so ein bisschen auf Schmerzen abgefahren ist. Ich erinnere mich, dass du das eine Zeit lang mochtest. Wenn du immer ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, hier ist überhaupt nicht fair. Du mochtest das. Das sind meine sexuellen Orientierungen, die jetzt nicht im Podcast sind. Dafür sind wir hier. Ah ja, danke. Also dann hättest du die sexuellen Vorlieben vielleicht im Schlafzimmer lassen sollen und sie nicht immer an mir. Ich bin ja auch, ich muss sowas ja ausbaden. Das überschreitet ja jede Form von, ja. Also wenn ich das ausbaden muss, dann kannst du halt eben, also du musst einfach damit rechnen, das, was du mit mir machst, das landet hier. So, also Form von Selbstbestimmung und da habe ich eine Frage an dich. Ja. Und das ist eine richtig tolle Überleitung, weil das tatsächlich, ich wollte das heute mitbringen und fragen und da schätze ich schon wieder unsere Form von Podcasting sehr, weil wir so von Hölzchen auf Stöckchen kommen, dass ich jetzt angefangen habe mit dieser Q-Tip-Sache und jetzt perfekt in den Kreis geschlossen habe zu dem, was nämlich jetzt kommt. Denn letzte Tage habe ich mit Conny und Julia zusammengesessen und ich weiß leider nicht mehr, wie wir auf dieses Thema kamen, aber irgendwie sind wir geendet in einer Diskussion darüber, was man sich laut Gesetz selber antun darf. Also wenn du jetzt jemand anderem Schmerzen zufügst oder jemand anderem verletzt, dann ist das verboten. Was darf man sich laut Gesetz selber antun? Ist eine Selbstverstümmelung okay und laut Gesetz in Ordnung? Kannst du dafür verklagt werden, wenn du dir selber was antust? Oder ist das so, dein Körper ist dein Eigentum? Wenn du Bock hast, dir jetzt ein Messer zu nehmen und in deinen Arm reinzuritzen, ist das absolut, kannst du machen, wie du willst. Oder ist auch das verboten? Ey, um es kurz zu halten, ich glaube, du kannst mit dir machen, was du willst. Wirklich? Solange du keinen anderen zu Schaden kommen lässt. Also letztendlich, wenn du irgendeine Selbstverstümmelung, wenn du irgendwie, es gibt viele Leute, die haben das große Bedürfnis, sich Sachen in Körperöffnungen zu stecken und landen dann, weil sie vielleicht die Sachen nicht wieder rausbekommen, in der Notaufnahme und dann wird denen geholfen logischerweise, aber die werden jetzt nicht irgendwie belangt. Und außerdem, wer an dieser Stelle würde dich denn tendenziell anzeigen? Weil es braucht ja immer einen Kläger quasi, der etwas bemängelt. Also wie zum Beispiel bei der Körperverletzung, die du vorher schon angesprochen hast. Du darfst jemandem wehtun, theoretisch, wenn er das so möchte. Also schräg, schräg, sadomaso oder in Klammern. Aber ausschlaggebend, dass du beim eigenen Verstümmeln ja nicht selber zur Polizei gehen würdest und sagst, ey, ich habe mir irgendwas angetan, was ich gar nicht wollte. Das wäre dumm, oder? Das wäre richtig dumm. Weil dann würde auch die Polizei sagen, sorry, aber da können wir, glaube ich, nichts machen. Und ich glaube, deswegen ist es noch nicht mal eine Grauzone, sondern einfach nur... Bitte, bitte verhaften Sie mich, ich habe mir selbst was angetan. Bitte nehmen Sie mich weg, ich bin gefährlich. Aber irgendwie bist du ja gefährlich. Vielleicht bist du ja für dich und dein Umfeld gefährlich, weil wenn du anfängst, dir jeden Tag zum Beispiel in deinen Arm reinzuschneiden. Könnte das ja ein Indikator dafür sein, dass du vielleicht nicht nur gefährlich für dich selber bist, sondern vielleicht auch für andere Leute? Das könnte sein, dass eine Unzurechnungsfähigkeit besteht und man Grund der Annahme gehen könnte... Was ist Grund der Annahme? Jetzt habe ich leider den Wortlaut da vergessen. Ist völlig egal, dass man davon ausgehen könnte, dass du dir eben nicht nur selbst wehtut, sondern auch anderen. Und dann werden Leute tatsächlich auch in Kliniken eingewiesen, wo man sagt, ey, das könnte, glaube ich, irgendwann nicht so gut gehen. Aber rechtlich, glaube ich, kannst du da keine Maßnahmen fürchten. Also zum Beispiel eine Tätowierung ist ja auch in irgendeiner Form eine Körperverletzung, weil dir ja da in deine Haut geschnitten, gestochen wird und das ja eine ordentliche Wunde ist, die da zurückbleibt. Da musst du beim Tätowierer immer einen Wisch unterschreiben, wo genau drinsteht, die andere Person darf dich jetzt verletzen. Das würde dann ja implizieren, dass sich selber zu tätowieren okay wäre und legitim wäre, weil du es selber machst. Aber irgendwie habe ich mal das Gefühl, dass so Selbsttätowierungen immer in so Nacht-und-Nebel-Aktionen in irgendwelchen Hinterzimmern stattfinden, wo Leute sich selber tätowieren. Also natürlich ist das eine, dass du das offiziell in einem Tattoo-Studio professionell machen lässt oder wenn, vor allem während Corona, die Tattoo-Studios geschlossen haben, du genau diese Nacht-und-Nebel-Aktionen in den Hinterzimmern wieder rum aufsuchst, um deinen Tattoo-Fix endlich wieder zu bekommen, um ein bisschen Farbe unter der Haut zu spüren oder was auch immer. Aber ich glaube da... Andersrum. In welcher Situation findest du dich wieder und sagst so, ey, der Typ hat mich tätowiert, ich wollte das gar nicht. Natürlich, wenn du auf einer richtig krassen Hausparty bist, wo die Leute früher mit Edding dir einen Pimmel auf die Stirn gemalt haben und heutzutage immer krasser, alles immer krasser wird und sagen so, jo, ich tätowiere jetzt meinen Pimmel auf die Stirn. Da könnte man sagen, das ist wiederum ganz klar Körperverletzung. Nee, nee, also da geht es ja bei dieser Unterschrift, geht es ja darum, dass Leute hingehen könnten und sagen könnten, wenn das Tattoo denen nicht gefällt, könnten die hingehen und sagen, wollte ich gar nicht, also beziehungsweise so wollte ich das gar nicht und das ist Körperverletzung und das ist gegen meinen Willen passiert, weil, warum auch immer, wie plausibel oder unplausibel die Geschichte ist, völlig egal, wir leben immer noch in Deutschland, Bürokratie, musst du erstmal beweisen und so und so. Also deshalb ist es halt wichtig, dass du dir unterschreiben lässt, dass der dich verletzen durfte und du mit den Komplikationen auch zurechtkommst, denn beim Tätowieren passiert es zum Beispiel sehr, sehr oft, dass Leute allergisch sind gegen die Tattoo-Farbe und das kann richtig widerlich sein, denn das kann tatsächlich zum Worst Case führen, dass du dir eine Farbe tätowieren lässt, gegen die du allergisch bist, zum Beispiel, weil da ein Nickel drin ist oder so. Ich habe eine Nickel-Allergie, by the way, und es gibt bestimmte Farben, die das beinhalten und wenn du Pech hast, kann es sein, dass dieses Tätowieren für immer juckt. Und es ist halt einfach unter deiner Haut. Das juckt für immer? Ob es jetzt für immer juckt, weiß ich nicht, aber es kann auf jeden Fall eine sehr, sehr lange Zeit einfach jucken. Immer mal wieder. Zum Beispiel, wenn dann Sonne zum Beispiel draufkommt oder so, dass irgendwie ein bisschen gereizt wird. Wie findet man das raus, ob man jetzt eine Nickel-Allergie hat oder nicht? Also ich hatte früher, habe das relativ einfach rausgefunden, denn ich habe früher richtig, richtig, richtig furchtbar günstige Uhren getragen. Richtig, 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 also sie waren richtig ungünstig. Ja, woher ich weiß, dass die so unfassbar günstig und widerlich waren? Naja, ganz einfach, weil anscheinend ordentlich Nickel drin war und ich dann irgendwann unter der Uhr am Handgelenk meine Haut grün geworden ist. Die hat sich so grün gefärbt und ich habe Pickelchen bekommen. Also, dass die Haut sich grün färbt, ist keine allergische Reaktion. Das ist eine, dass das Metall oxidiert mit der Zeit und somit kann man dann auch, wenn du dir zum Beispiel recht günstigen meist Silberschmuck im Ausland kaufst und du trägst diesen Silberschmuck durch Schweiß und Luft und auch die Feuchtigkeit durch zum Beispiel Wasser, wenn du Hände wäscht oder baden gehst, kann es sein, dass das Eisen oxidiert und dann eben grüne Rückstände auf der Haut hinterlässt. Allerdings bei den Pickelchen könnte man sagen, nee, das kann einfach nur sein, dass du dich nicht oft genug wäscht. Willst du jetzt sagen, dass das Schmuck aus dem Ausland grundsätzlich Schmutz ist oder was? Also, deutscher Qualitätsschmuck ist immer noch der Schmuck, der auf meiner Haut bleibt. Guter deutscher Ingenieursschmuck, wie wir ihn hier nennen. Den kannst du dir auch im Intimbereich hängen, da passiert nichts. Ganz genau. Und der Deutsche hat seine Lederhosen an, seinen Ehering am Finger und heizt mit der 220 gesteuerten, weiß nicht, Dieselmaschine auf der Autobahn. Man sagt ja auch, hängen sie sich gerne deutschen Ingenieursschmuck um, ihre Kronjuwelen im Intimbereich und sie werden gute deutsche Kinder zeugen. Ach, da fällt mir ein, Kronjuwelen im Intimbereich beziehungsweise auch Schmuck. Darf ich die Frage stellen? Du hast sie bei der letzten Folge. Darf ich es stellen? Oder machen wir deinen krassen Cliffhanger draus? Ach so, aber das war doch schon in der Folge, oder? Nee, das war noch nicht. Nee, dann machen wir es noch nicht. Dann machen wir es noch nicht. Fuck, okay. Okay, also wir haben ja ein neues Format, das heißt, was das? Und ich bin ja, und das weiß jeder, der diesen Podcast hört und uns bei Instagram folgt, ich bin einfach Investigativjournalismus, äh Journalist mittlerweile. Ich bin aber auch Investigativjournalismus. Also ich lebe das ja auch. Also ich bin nicht nur ein Journalist, ich bin das ganze Konstrukt. Leute kommen zu dir, wenn sie fragen, wie ist es gewesen? Dann sagst du, ich bin der Journalismus. Man kann mich aufschlagen wie Wikipedia, weil ich eben auch auf Schmerzen stehe. Leute sagen, Niklas, du bist ein krasser Typ, du machst es einfach und deshalb geben sie mir Dinge und ich sage, kein Problem, gib mir das, ich teste das. Nickel zum Beispiel und dann sagst du allergisch. Ja, grün, Pickel, not good. Nicht machen. Genau. Auf jeden Fall haben wir ein neues Videoformat, das heißt, was das? Recht einfach erklärt. Wir haben unter einer Kuppel sind Sachen und wir müssen, wir haben die vorher noch nie gesehen. Der Conny, Shoutout, hat sie für uns rausgesucht. Richtig, richtig, richtig witzige Sachen. Wir hatten wirklich bei fast gar nichts irgendwie eine annähernde Ahnung, was das sein könnte. Und mussten das halt rausfinden. Das erste, den ersten Teil davon gibt es bereits bei Instagram zu sehen und bei YouTube, könnt ihr mal reinschauen. Und in der zweiten Folge, die es aktuell noch nicht zu sehen gibt, die gibt es erst in ein paar Wochen, das dauert auf jeden Fall noch ein bisschen, da lag auf jeden Fall auch was unter dieser Kuppel. Was? Ist das in der zweiten oder dritten Folge? In der zweiten. Und das hat mich auf jeden Fall interessiert. Ja? Ja, ich fand es interessant. Ich fand es interessant und hatte große Lust, das wenigstens mal probiert zu haben. Und da wir ja immer für Offenheit stehen und uns auch eigentlich für nichts zu blöd sind und zu schade sind, habe ich das mal mit nach Hause genommen. Und du willst jetzt wissen, ob ich es getestet habe, ne? Ja, ich will es wissen. Die Leute wollen es bestimmt auch wissen, aber wir wären ja nicht die richtig krassen Dudes in der multimedialen Aufbereitung verschiedener Themen. und deswegen sagen wir einfach, haltet die Augen und Ohren offen für genau diese Folge. Die wird auf jeden Fall es absolut in sich haben und zum gegebenen Zeitpunkt und Release der Folge werden wir dann auch natürlich hier im Podcast explizit darüber sprechen. So ein bisschen wie das Verhör danach. Oh ja, da freue ich mich drauf. Dann wird es doch wieder eine Schmuddel-Folge. Jetzt hast du es schon ein bisschen vorweggenommen. Ja, ja gut. Naja, egal. Okay. Also, einigen wir uns darauf, dass wir glauben, dass Selbstverstümmelung in Ordnung ist. Ja, hast du die Antwort übrigens darauf? Ach so. Das war eine offene Diskussion. Ich dachte, du bist hier der smarte Typ, der mir die Antworten geben kann. Dann finde ich meine Antwort nach wie vor smart und ich habe recht. Darf ich noch eine Extremsituation äußern, die ich mich fragen würde? Du hast jetzt jemanden, bei dem du beobachtest, dass er sich dauernd Körperteile abtrennt. Mit der Fingerkuppe begonnen. Also Fingerkuppe für Fingerkuppe und irgendwann hackt er sich eine Hand ab. Kann man da nichts gegen machen? Nee, weil irgendwann hat er nicht mehr viel zum Abhacken und dann ist Schicht im Schacht. Also wartest du einfach ab, bis er halt alles abgeschnitten hat. Ja, dann sagst du dann, alles gut Leute, chill, chill, chill. Der hat also spätestens... Also wenn der irgendwie das mit Absicht immer die ganze Zeit weitermacht, natürlich könntest du ihn darauf ansprechen, weil du natürlich nicht möchtest, dass sich jemand mutwillig selbst umbringt und einschreitest, weil das Leben ist schön und man sollte es... Don't dream your life, live your dream. Und sowas. Ich war ein richtig guter Diplomat, wenn der irgendwie... Wie heißen diese Leute, die Leute von der Brücke runterholen sollen oder wenn sich irgendjemand dann so ein Fenster stellt und sagt so, ich springe! Und dann sagt, nein, da kommt jemand und spricht mit ihnen. Ey, mega. Heißt nicht Diplomat. Nee, das heißt nicht Diplomat, aber ich weiß nicht, ob es den Job... Gibt es den Job in Deutschland auch? Also das hat ja auch irgendwas Psychologisches, dass du dich hinstellst und Leute davon abhalten willst, Selbstmord zu begehen. Und dann wirst du den Leuten halt wirklich richtig beschissene Wandtestsprüche hin. Ja. Sometimes you don't need a plan. Just breathe. Take one step back. Live your life. Und dann so... Und verliest dich aber einmal. Step, step one, one, one step to the front. No, äh, oh fuck. Und dann fällt das schon. Das fände ich aber mal sehr interessant zu wissen, ähm, was da so das Vorgehen ist. Also ich meine, ja, Wandtestsprüche zuwerfen ist jetzt wahrscheinlich sehr klischeehaft gedacht, aber wie man daran geht, jemanden davon abzuhalten, Selbstmord zu begehen, wenn er wirklich tatsächlich schön sinnbildlich oben an der Kante steht von einem Gebäude oder runterspringen möchte. Wie gehst du daran? Das wird ja ein sehr durchdachtes Verfahren sein, wie du versuchst, jemanden vom Selbstmord abzuhalten. Jemand, der ganz überzeugt davon ist, dass sein Leben keinen Sinn mehr hat. Wie gehst du daran? Und nur durch Worte, du kannst ja nicht einschreiten, ich glaube, das ist ja die oberste Regel, dass du nicht hingehst und den versuchst irgendwie zu packen oder so, weil dann, das ist ja glaube ich das größte Risiko. Ich glaube, das ist noch ein anderes Team. Das ist noch ein anderes Team, das versucht eben den Typen wahrscheinlich irgendwie zu packen, dass er nicht springt oder in den Abgrund stürzt und in dieser Zeit, die du versuchst zu überbrücken, versuchst du eben dann eben das Gespräch mit ihm aufzubauen. Also ich würde das relativ, also wenn mich jemand fragen würde, so, ich habe jetzt die Wahl, entweder er springt runter und ist dann tot, ganz klar, Scharfschütze und ein gezielter Schuss in die Kniescheibe, dass er halt umfällt und nicht mehr springen kann oder in beide Kniescheiben, dass er halt nicht mehr laufen kann. Hätte ich der Person auf jeden Fall geholfen, denn vom, also vom, vom Schadens, also Schadensregulierungsmäßig, hätte ich da was Gutes. Bessere Outcome auf jeden Fall. Oh ne, vielleicht nicht Beine, das wäre natürlich Schulter. Ein Schuss in die Schulter. Aber mit einer sehr, sehr großen Patrone, die auch ein bisschen Rückstoß hat, dass der natürlich auch nach hinten gefeuert wird. Ja, ja, da hoffen wir, dass du keinen amerikanischen Polizisten an deiner Seite hast, der den Schuss abgibt. Das stimmt. Weil dann sagt er noch Taser und dann ist es aber trotzdem dann Raketenwerfer gewesen oder sowas. Jesus Christus. Sehr extrem. Sehr extrem. Ich weiß, ich weiß. Nee, aber jetzt mal wirklich, das ist eine wahnsinnige Verantwortung, die du da hast in dem Job, jemanden darunter holen zu müssen. Was meinst du, was das für dein Leben, für dein eigenes Leben bedeutet, wenn du unten stehst, auf Leute versuchst einzureden, die sich ihr Leben nehmen möchten und du diese Überzeugung aber tatsächlich nicht dem nehmen kannst und dann bringt sich diese Person um und du warst die letzte Person, die die Chance gehabt hat, diese Person davon abzuhalten. Ja, die Frage habe ich mir auch gestellt auf oder inwiefern du diese Schuld, ob du die Schuld des Todes der anderen Person auf dich nehmen kannst, musst, sollst, professionell natürlich gesehen, absolut nicht, weil es immer noch eine Entscheidung einer anderen Person war, außer du stehst mit dieser Person auf der Kante und schubst sie. Das wäre natürlich dann etwas anderes. Aber wie reagiert man? Also jetzt mal ganz plump auch ausgedrückt, gehst du nach Hause und sagst dann so, also heute ist es überhaupt nicht funktioniert. Also thematisch war ich, also ich habe gedacht, ich würde den Typ kennen, aber es war halt einfach irgendwie, es war eine ganz andere Person. Ich habe versucht, mit Katzen zu überzeugen, aber der Typ mochte einfach mehr Hunde. Das war leider blöd. Schlechte Recherche. Schlechte Recherche. Hätte man rausfinden können. Falsch geguckt. Und auch das die Frage, gibt es eine Recherche über, also ist noch Zeit für eine, irgendeine Form von Recherche über die Person, was belastet die Person? Also ohne das zu wissen, was diese Person überhaupt dazu bewegt, darunter springen zu wollen, springt mir das wahnsinnig schwierig vor. Ich glaube, da ist genauso wie das Team, das nach oben geht und versucht, die Person von dieser Kante wegzuziehen, gibt es ein anderes Team, das irgendwie in Kürze eine Recherche aufstellt. Wahrscheinlich, weiß ich nicht, Marc Zuckerberg, der einfach sagt, hier ist das Facebook-Profil. Vielleicht ist es ja auch gar nicht, vielleicht ist es auch gar nicht wirklich der, das Ziel, die Person mit Worten davon zu bewegen, nicht da, also darunter zu gehen. Vielleicht ist das tatsächlich gar nicht sehr erfolgsversprechend, sondern vielleicht Zeitschünderei und es gibt halt dieses zweite Team, das die Person einfach da runterholen will und du versuchst im Prinzip nur die Person aufzuhalten, abzulenken, dass die da runtergeholt wird. Ja. Ich habe nur sowas tatsächlich in Deutschland einfach noch nie gesehen. Ich kenne das nur so aus so amerikanischen Filmen oder so, wo unten so jemand so klischeehaft mit einem Megafon steht. Ja. Ich habe es auch in Serien gesehen, aber da ist es nicht, dass eine Person sich selber umbringen möchte, sondern meistens irgendwie ein Überfall mit Geiselnahme, dass die Person sagt, okay, der sogenannte Negotiator geht jetzt rein und versucht die Person dann hinzuhalten. Ich möchte zwei Döner. Dann muss quasi verhandelt werden. Aber naja. Ich wollte noch einen kurzen Fact über Q-Tips raushauen und über Ohren, Entschuldigung, um das jetzt nicht komplett aus den Augen zu verlieren. Und zwar, das geht in Richtung Selbstverstümmelung, ist aber jetzt nicht ganz so drastisch, sondern hat auch eher einen kleinen, in Anführungsstrichen, erotischen Touch zu der Thematik, denn ich bin bestimmt nicht der Einzige, aber wenn man ein Q-Tip, ich benutze immer noch Q-Tips und vielleicht ein oder andere da draußen auch, die ein oder andere da draußen auch, wenn man ein Q-Tip benutzt und in den Ohren quasi den Ohrenschmalz wegwischen möchte, dann gibt es manchmal ein recht interessantes Gefühl und manchmal muss man auch so ein bisschen wirken, aber es ist natürlich jetzt nicht der Ekel-Wirkreiz, sondern irgendwie trifft man einen Nerv, der zum Wirkreflex auslöst und es hat eigentlich was Schönes auch, das Ohr selbst ist ja bekanntermaßen auch eine erogene Zone, was von vielen Leuten stimuliert wird beim Koitus und so habe ich mir mal Ohrenstöpsel anfertigen lassen und saß dann dort beim Akustiker und der hat dann Wachs in mein Ohr gefüllt, um diese Ohrenstöpsel nach Maß quasi anfertigen zu können. Das hat diesen Nerv dann ungefähr eine halbe Stunde am Stück getriggert und war so Du warst so dabei? Das stimmt absolut. Ja? Das ist komplett richtig. Okay. Ich saß da und kam aus dem Husten nicht mehr raus und war wirklich so Und der Typ hat gesagt Entschuldigung, ist alles okay bei Ihnen? Weil also sie scheinen nicht Ist vielleicht Nickel drin so? Man kriegt Pickel und so. Ich bin also nicht schmerzverzerrt, sondern eigentlich erstaunt über meine körperliche Reaktion bezüglich des Wachs in meinem Ohr wieder zu mir gekommen und habe den Akustiker gefragt Also eine ganz blöde Frage Ich habe dieses Gefühl öfter auch wenn ich mit einem Q-Tip meine Ohren reinige Woran liegt das? Und da meinte er Das ist ziemlich interessant denn nur bei den wenigsten Leuten verläuft der Nerv vom Gehirn übers Ohr zum Hals der dann den Wirkreflex quasi auslösen kann Da liegt bei manchen Leuten in der Ohrmuschel so weit oben dass wenn du den mit einem Q-Tip stimulierst oder selber mit einem Finger geht auch zum Wirkreis das den Wirkreis auslöst Und das haben nicht viele Leute? Das haben nicht viele Leute Das heißt du bist was ganz ganz Besonderes? Höchstwahrscheinlich Ich meine einige Leute sind wahrscheinlich sehr sehr breit geworden in der Corona-Zeit weil sie eine Hantel eine Klimmzugstange zu Hause haben und einfach richtig schön geworden und andere wirken einfach immer noch weil sie was Besonderes sind Den ganzen Tag am Wirken Okay Ja guter Fact guter Fact über die Ohren Ich habe letzte Woche oder nicht nur ich du wahrscheinlich auch ein Video im Internet noch gesehen das ich nicht unerwähnt lassen wollte ich habe es extra nicht in unserer Story gepostet aber ich glaube es ist dann doch so populär geworden im Internet dass ich es jetzt wahrscheinlich einfach nur noch mal wiederhole Soll ich raten wie das war? Ja rat mal Pinky Glove Nein Nein Es war was Nettes Ich fand es schön Achso, was Nettes Ich fand es cool Dieses kleine Pferd dieses Pony das durch den Garten rennt und der sagt so I'm fast fuck boy I'm fast fuck boy Nein, das war es auch nicht Nein, ich meinte das Video was bei Köln ist cool in der Story gewesen ist wir haben ja aktuell Ausgangssperre in Köln ich glaube jetzt ist es deutschlandweit in Köln ist es immer noch um 21 Uhr Shoutout und da hat sich jemand in einem Dino-Kostüm Diese Ganzkörper-Dino-Kostüme diese aufgeblasenen Genau, diese aufgeblasenen Ganzkörper-Dino-Kostüme einfach nach 21 Uhr irgendwo ist durch die Straßen von Köln gezogen und ein Polizist hat das gesehen hat diesen Dino gesehen die sind dann mit dem Streifenwagen stehen geblieben und anstatt da jetzt hinzugehen und den halt anzublöken hat er halt irgendwie eine Insta-Story gemacht hat sie gesagt ja, wir sind jetzt gerade auf der Straße unterwegs und schauen halt dass die Leute die Ausgangssperre einhalten gilt aber ja leider nur für Menschen deshalb gegen den T-Rex können wir leider nichts machen und du siehst halt immer 20 Meter weit aber so ein T-Rex und so ein Kostüm rundhermeln das fand ich insofern ganz ganz toll weil wir glaube ich in der aktuellen Zeit jetzt während Corona während des Lockdowns in der die Polizei die sich das ja auch nicht selber ausgesucht hat diese Regeln durchsetzen muss sie muss als Auftrag der Regierung gucken dass diese Regelungen eingehalten werden auch die kriegen jede Woche neue Regelungen um die Ohren geworfen wo die gucken müssen dass das halt eingehalten wird und gerne neigt man dazu dass man sich ein Feindbild raussucht um auf irgendjemand sauer sein zu können oder so und da ist die Polizei glaube ich oftmals vorne an und ich glaube die müssen einiges einstecken und insofern fand ich das einfach eine unfassbar einfach eine unfassbar schöne Sache Polizisten in so einem Video einfach so menschlich zu sehen und in so einem Moment auch wieder zu verstehen Alter es sind halt auch einfach nur Leute die einen Job machen die gucken müssen dass die Dödel einfach um 21 Uhr in ihren Häusern bleiben aus einem wahrscheinlich sogar sehr sehr guten Grund und dann siehst du aber was Lustiges und natürlich finden die sowas auch irgendwie witzig du siehst natürlich nicht was die in ihrer Streife sagen was du am Ende siehst ist wenn es Stress gibt wenn sie durchgreifen müssen und weiß ich nicht was aber am Ende des Tages sind es auch irgendwie alles Leute und das fand ich eine gute Sache und da bin ich froh darüber dass sowas dann doch auch gepostet wird und nicht irgendwie weggetan wird weil man sich denkt die Polizei meint jetzt hier so und so die sollen gefälligst dafür sorgen dass die alle zu Hause bleiben warum sperren die den T-Rex jetzt nicht ein ist doch witzig ist doch toll ich finde es auch ich finde es auch sehr menschlich und sehr sympathisch und ja man kann sich absolut streiten für das was die Polizei macht oder eben auch nicht macht aber auf der anderen Seite es gibt immer zwei Seiten einer Geschichte sag ich mal und solche schöne Momente mit Absicht wegzulassen weil man sagt ja alles andere ist aber scheiße finde ich auch sehr blöd weil man möchte sich ja auch oder die Polizei im Image soll sich ja vielleicht ein bisschen bessern dürfen ich kriege vor allen Dingen jetzt gerade habe ich das Gefühl ich kriege so ein kleinen so ein bisschen vom Gefühl her so ein kleines Throwback wie die Jugend sagt Gefühl Hashtag Throwback bitte Hashtag Throwback Gefühl Hashtag könnt ihr uns alle benutzen im Internet wenn ihr auch mal so ein kleines Hashtag Throwback Gefühl bekommt at Niklaus und David dass sich jetzt gerade alles so ein bisschen wieder anfühlt wie am Anfang der Corona-Zeit am Anfang der Corona-Zeit gab es ja halt diese Szenen habe ich letztens noch auf meinem Handy gefunden ein Video wo die Leute am Fenster standen und applaudiert haben da erinnere ich mich so dran das war so eine strange Zeit und irgendwie war es aber auch irgendwie Horror gleichzeitig gemischt mit einem Gemeinschaftsgefühl und so und jetzt wo diese Ausgangssperre wieder da ist und wir auch selber irgendwie gestern um Viertel vor neun irgendwie noch draußen waren und du guckst auf die Uhr und denkst ey scheiße jetzt muss ich mal los muss jetzt irgendwie nach Hause und dann geht man nach Hause und dann sind aber irgendwie alle zu Hause und weil alles gleich machen ist wieder so ein bisschen so eine Art von Gemeinschaftsgefühl das hat mich sehr an den Anfang erinnert ist jetzt gut und schlecht weil auf der einen Seite will man nicht dass es nach über einem Jahr mit Corona wieder ist wie am Anfang das muss man dazu sagen wir drehen uns ein bisschen im Kreis aber auf der anderen Seite finde ich es interessant dass solche Aktionen wenn sie dann sein müssen dann doch auch in irgendeiner Form so ein Gemeinschaftsgefühl auslösen ja ja wie eine gemeinschaftliche natürlich drastisch ausgedrückt so eine gemeinschaftliche Unterdrückung die schweißt auch wieder zusammen Hammer wo man sich denkt wir sitzen ja alle im selben Boot ist auch beschissen und dann jetzt aber auch zusammen auf die Straße dieses Gemeinschaftsgefühl das du angesprochen hast finde ich auch wieder und freue mich unglaublich dieses Gemeinschaftsgefühl selbst am eigenen Leib erleben zu dürfen aber nicht in der Ausgangssperre in meinen eigenen vier Wänden sondern wenn ich meinen Impftermin habe und im Wartesaal sitze und mit meinem kleinen gelben Impfpass in der Hand quasi ausgestattet warte bis mir eine Nadel in den Oberarm gedrückt wird und ich dann quasi mit den Leuten die gleichzeitig mit mir warten diesen Moment zelebrieren kann von wegen ja man das sind wir wir sind quasi die Auserwählten ja es kommen es waren schon vorher Leute da und danach werden auch Leute kommen aber jetzt ist man auch eine davon und es geht gemeinschaftlich in eine richtige Richtung das fühlt sich gut an abgesehen der Nebenwirkungen vielleicht aber du verstehst was ich meine ja das ist krass das höchste der Gefühle auf jeden Fall dieses Zusammenkommen das ist fast schon wie als würdest du als wäre der Impfpass in deiner Hand ein kleines Festival-Ticket und du wirst ja jetzt gleich bin ich auf dem Festival-Gelände und dann aber mal richtig schön die 5-0er-Dosen Bier in mein Hirn haben wir eigentlich eine kleine Party wenn wir geimpft sind eine Impfparty ja irgendwie so also eine kleine Party im Sinne von jetzt nicht oh Gott also jetzt nicht irgendwie mit 30 Leuten sondern ich meine so unter uns manchmal eine Flasche Sekt aufmachen also zu zweit darf man nicht darf man nicht ja zu zweit darf man schon ja bei nein ich meine mit Impfung Alkohol trinken das weiß ich das muss man im Kleingedruckten nochmal nachlesen ich habe nach wie vor by the way das Festival-Ticket von dem du gerade gesprochen hast ich habe es nicht ich habe es gestern schon mal erwähnt es wurde kurz der Impfpass in den Raum geworfen alter keine Ahnung den irgendwo liegt der schon aber den kannst du auch neu beantragen das ist kein Problem Dad wenn du zuhörst habe ich irgendwo einen Impfpass mir ist dieses Dokument nämlich nicht bewusst und es könnte sein dass ich meine Impfungen auch nie habe auffrischen lassen ganz eventuell habe ich aber auch zwei ich kann ja einen geben bitte ganz eventuell habe ich auch zwei Impfpässe ich kann ja einen geben das fällt ja wie kommt sowas wie kriegt man zwei Impfpässe einer liegt bei meinen Eltern in Ingolstadt da sind die ganzen Kinderimpfungen drin und dann als ich vor ein paar Jahren nach Asien geflogen bin musste ich auch vor ein paar Impfungen absolvieren und da habe ich den Impfpass quasi dann einfach neu beantragt beim Globetrotter da gibt es so einen Arzt lohnt es sich einen Impfpass fälschen zu lassen kann ich damit irgendwas also achieben Spartipp an dieser Stelle den Impfpass selber kannst du glaube ich in Anführungsstrichen nicht fälschen weil der oder den kannst du recht einfach sogar fälschen ist einfach nur ein gelbes Büchlein da sind verschiedene Spalten drin aber was du was schwieriger ist zu fälschen beziehungsweise was was gefälscht werden möchte und sogar gefälscht wurde die Stempel dass du geimpft wurdest obwohl du nicht geimpft wurdest zum Beispiel es sind so kleine Sticker die du bekommst mit der Unterschrift des Arztes und eine kleine Notiz und diese Sticker haben irgendwie eine Nummer bezüglich der Impfdosis etc und diese Sticker sind im Raum Frankfurt abhandengekommen und wurden bei Leuten eingetragen um Vorteile wieder zu genießen ich glaube Reisen etc ha seid ihr alle dumm guck mal in meinem Impferschild ich bin geimpft aber ich kann Corona immer noch bekommen ha da habe ich euch aber ausgetrickst oder dumm ist das warum lässt man sich den Scheiß impfen faktisch gesehen kannst du Corona nach wie vor bekommen wenn du geimpft bist denn die Mutante ist nach wie vor leider el mutante auch übertragbar wenn du geimpft bist ich will jetzt nicht den Spaßverderber spielen aber also du kannst mir nicht den Spaßverderber wenn ich geimpft bin dann mache ich eine fette Party und dann ist Corona gefälligst vorbei damit das mal klar ist mit dem Lied all by myself ich pump's mir rein all by myself ne ich hab schon Bock hab ich das letztens eigentlich noch erzählt dass sie wohl mit Abstand beste Anmach der wohl mit Abstand beste Anmachspruch nach Corona sein wird ey ich hab Konzertkarten kommst du mit ist völlig egal zu welchem Konzert ich glaube da wird jeder Ja sagen wenn du Konzertkarten hast ja zu egal zu egal welchem Anlass krieg ich dich mit rum und du würdest mir würdest mir die Wahl geben hey hast du Bock mitzukommen ich würde zuvor die Art sagen ja aber ich nehm lieber wen anders mit das ist auch verständlich ich nehm also ich würde also wir haben es jetzt wirklich genug gesehen in der Corona wenn ich Konzertkarten hab dann nehm ich jemand anderen mit dann sicher nicht du und dann sehen wir uns aber beide auf diesem Konzert wieder in der ersten Reihe mit jemand anderem und sagen so nee oh nö David warum und okay pass auf du gehst jetzt da rüber und ich geh an die andere Ecke okay und dann haben wir gefälligst dir alle einen guten Abend ja okay Partnertausch vertauschen dann noch die Partner die wir mitgebracht haben weil es ist alles egal we're free and wild and we can do things light up the stars get out because it's me Mr. Wash und stehst vorne und machst Blubberblasen aus deinem Mund und aus allen Körperöffnungen Mr. Wash Mr. Wash Mr. Fucking Wash gar nicht schlechter Folgentitel vielleicht ja das stimmt wohl naja werden wir wohl sehen jetzt gleich wie wir das betiteln Leute das war's ich muss richtig richtig dringend aufs Klo an dieser Stelle weil es das Ende des Podcasts ist nochmal ganz kurz die Werbekeule schwingen ihr könnt diesen Podcast auf allen Podcast Plattformen abonnieren das würde uns sehr gefallen wenn ihr das noch nicht getan habt dann macht das bitte das ist so ein bisschen unsere Währung wenn ihr einen Kommentar hinterlassen könnt dann dürft ihr das natürlich auch sehr gerne machen in Klammern iTunes lässt das zu ihr könnt diesen Podcast auch im Videoformat sehen auf YouTube gebt einfach dafür Niklas und David ein schaut gerne beim Instagram vorbei at Niklas und David folgt uns und News am Ende des Podcasts nächste Woche haben wir einen wirklich ganz ganz tollen Gast im Podcast es hat schon lange also es hat lange gedauert bis es geklappt hat ey wie lange? also es hat sich sehr lange hingezogen dreiviertel Jahr bestimmt genau und wir hatten das schon länger geplant und irgendwie wegen Corona war es super super schwer jetzt haben wir es machen können und das sinnvoll irgendwie verwurschteln können deshalb wir verraten es glaube ich ja ja was soll's ja okay wer bis hierhin zugehört hat der hat es verdient genau nächste Woche im Podcast Ariana Barboury und wir können auf jeden Fall versprechen it's gonna be wild it's gonna be wild so in diesem Sinne wir hören nochmal kurz in die E-Mailbox rein und dann bis nächste Woche thanks ciao wir sehen hallo Niklas hallo David hier ist Ricarda wie soll ich sagen ich hab in die aktuellste Folge Dudes gerade reingehört und ich denk mir so ihr seid zwei Cis-Dudes ja und an keiner Stelle in diesem Podcast kommt wenigstens ein bisschen toxische Männlichkeit vor nicht mal das und wisst ihr was das aller Schlimmste ist und ganz sorry dass ich mich da so drüber aufrege noch nicht mal Müh Mansplaining und ich weiß echt nicht ob ich in die nächste Folge nochmal reinhören muss macht's gut tschüss